Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni mit mir, Dragonios. Und wir sind stehen geblieben mit den optionalen Quests nach der Königin. Wir müssen jetzt zur Chin-Treppe und ich habe mir auch die Quest nochmal durchgelesen, es muss auch an der Chin-Treppe irgendeine Höhle sein, wo ein alter Mann drin lebt. Und das Einzige, was ich mir, ich habe mir sagen lassen, dass die Chin-Treppe hier irgendwo sein könnte, also dieses Hügelland hier ist. Und ich habe mir das Hügelland genauer angeschaut und da ist eine Höhle. Also, gucken wir mal rein, ob das die Chin-Treppe ist und da ist auf jeden Fall ein Monster, was wir besiegen. Und das, ja, das ist die Chin-Treppe, definitiv ist das die Chin-Treppe. Denn dieser Gold-Golem schießt mich tot, ist hier auf jeden Fall. So, ich rede zuerst den alten Mann an, nicht, dass es heißt, du hast die Quest nicht geschafft, weil du die Küsten aufgemacht hast. Ähm, ein Besucher, ja, wir bekommen hier draußen nicht sehr oft Besuch. Nein, 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 gar nicht oft, wenn überhaupt. Oh, was sehe ich denn da? Ein Kessel. Ha, ha, der Junge ist ein Zauberer. Buch vom Zauberjungen, äh, Besuch vom Zauberjungen. Hm, Sie wissen etwas über den Kessel? Ja, ha, ha, es gibt nichts, was ich nicht über den Kessel weiß, junger Mann. Du bist nicht der einzige Zauberer in dieser Höhle, weißt du? Man nennt mich den Alchemisten. Keiner weiß mehr über Kessel und Formeln als ich. Aber ich gebe mein Wissen nur zu gern an die jüngere Generation weiter. Also, was meinst du, Junge? Willst du wahre Alchemie lernen? Ja. Ja, ha, ha, das lobe ich mir. Eine gute Entscheidung. Also, wo fangen wir an? Ach, ja, die Herstellung einer Axt des Kriegsgotts wäre wohl genau das Richtige für ein Kind. Kinder lieben Äxte, nicht wahr? Ne, Axt des Kriegsgotts klingt duftet, da mal los. Was müssen wir tun? Nun, zuallererst musst du dir eine Dämonen-Axt alchemisieren. Verfluchte 1, das klingt auch schon nicht schlecht. Ja, ha, ha, dazu brauchst du eine Großaxt, einige schwarze Flügel und den ein oder anderen Schnauzerstein. Was genau die Mengen angeht, da wirst du einfach ein bisschen experimentieren müssen. Was? Du hast doch gesagt, du würdest uns beibringen. Hast du wohl Besseres zu tun, oder wie? Ja, ha, ha, früher oder später muss jeder Zauberer lernen, selbst nachzudenken. Verstanden. Ich werde eine Dämonen-Axt herstellen. Sie werden schon sehen. Ja, ha, 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 du hast Schneid, Junge. Und das ist die wichtigste Zuteil einer jeden Formel. Okay, wir brauchen also eine Dämonen-Axt. Aber zuvor öffnen wir die Kisten. Einen Sternentuniker. Und eine blaue Schatztruhe ist da natürlich auch noch. Plopp. Eine Widerstandspedalier, okay. Gut, ähm, für die Dämonen-Axt brauchen wir eine Großaxt. Haben wir sowas? Eisen-Axt, Axt des Wächters. Ähm, was ist das hier? Das ist eine Großaxt, genau. Jetzt muss ich nochmal fragen, was wir alles brauchen. Ich glaube, schwarze Flügel brauchen wir noch. Äh, schwarze Flügel und Schnauzerstein. Haben wir Schnauzerstein und schwarze Flügel. Äh. Haben wir das überhaupt schon? Dämonen-Axt, ja, haben wir hier schon. Schwarze Flügel zwei und Schnauzersteine drei. Wir haben keines von beiden. Ja. Schön. Das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, wo wir die kriegen. Ähm. Äxte, Äxte, Äxte. Waffen-Äxte. Dämonen-Axt. Zwei paar schwarze Flügel, drei Schnauzersteine. Ähm. Ja, ich habe aber keine Ahnung, wo es die gibt. Äh. Proviant. Können wir das schauen? Grüne Trauben-Glügeln-Glügeln-Ählen. Ähm. Schwarzer Flügel, hallo. Knus- Nein, 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 nein. Nein. Und Schnauzersteine. Gucken wir einfach mal weiter. Da ist es nicht, da ist es, glaube ich, auch nicht gewesen. Sagt einfach Stopp, wenn ihr was findet. Ähm. Nein, 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 nein. Trolltränen, okay. Schwarze Flügel, hier haben wir was. Quelle unbekannt. Und dann brauche ich noch den Schnauzerstein. Dann muss ich das echt, muss ich rausfinden, erst wo es das gibt, bevor ich diese Quest machen kann. Ähm. Das werde ich irgendwann rausfinden, werde ich dann auch machen. Aber jetzt gilt es erstmal für Lorenz die Quest weiterzumachen. Perfekt. Perfekt. So, und die ist nämlich hier oben. Das ist ein Gold-Kolymph. Verflixt. Der hat Arme so dick wie Baumstämme. Kaum schon Träpfchen. Wir können ihn schlagen, das weiß ich einfach. Ja, klar. Mist, das wird schon schief gehen. So, der Gold-Kolymph ist auf, gegen uns dran. Schauen wir erstmal. Okay, er hat wieder eine ziemlich heftige Verteidigung. Wie schon der Golymph davor. Gold ist jetzt nicht ganz so cool. So, perfekt. Gut gemacht, Lily. Er wird gleich wieder Abtreibung einsetzen. Das weiß ich. So, okay. Lily macht einfach weiterhin Schaden. Das ist vollkommen in Ordnung. Ist okay. So, da der aber eine ziemlich heftige Verteidigung hat, werde ich hier Gewitter mal ausprobieren. Das haben wir noch nicht gesehen. Bam! Und es ist sogar sehr effektiv. Dann werde ich hier mit Gewitter weitermachen. Gewitter kostet nicht mal so viel Mana für das, was es an Schaden anrichtet. Sehr schön. Daneben, wenn ich mich nicht die ganze Zeit buffen würde. So. Und es ist echt schnell gecastet. Es ist einfach so, zack. Wir zaubern uns ein Gewitter in der Wüste. Wer will das nicht können? Noch einmal Gewitter. Oh, jetzt macht es gerade weniger Schaden. Aber komm, probieren wir es weiter. Der hat echt viele Leben. Kann doch nicht sein. Plop. So. Okay, jetzt wird erstmal weiter mit Lily wieder angegriffen. Auch wenn es weniger Schaden macht, es ist schneller. Und ich glaube im Endeffekt, weiß ich nicht, ob Lily dadurch jetzt mehr Schaden macht oder weniger. Abreibung. Okay. Okay. Gut. Ist okay. Kann ich mitleben. Mit dem Schaden, den er macht. So. Komm, Lily. Einfach weiter angreifen. Uh. Okay. Der Schaden ist schon ein bisschen heftiger. Glänzende Form. Jetzt werde ich mich auf Margo erstmal durchwechseln. Und einen Bauchklatscher in den Rücken hauen. Bam. 401. Das ist nicht schlecht. So, könntet ihr mich auch mal heilen? Das wäre super lieb von euch. Ja, oder auch nicht, ne? Einmal Kraft sammeln und dann Bauchklatscher in den Rücken. Uff. Das ist aber nett, dass du mich jetzt endlich mal heilst. Okay. Der Gold-Kolymph ist besiegt. Sozusagen das zweite Monster für Lorenz ist erledigt und Lorenz ist auch schon da. Hi. Ausgezeichnet. Noch mehr Daten, die ich studieren kann. Und ein weiteres Beispiel für die wunderbaren Kräfte der Natur. Oh, ich war so fasziniert von diesem Schauspiel, dass ich beinahe vergessen hätte, Notizen zu machen. Ich scherze natürlich nur. Sowas würde mir niemals passieren. Nun denn, die letzte Kreatur, die ihr für mich jagen sollt, ist der Pickelhauer. Ich denke, ihr findet ihn auf der Insel der Verzogenen Minen. Und zwar südlich der Herbstlande. Seine Spitzenstacheln und sein harter Panzer. Okay. Südlich der Herbstlande eine Insel. Der Pickelhauer. Okay. Dann fliegen wir doch mal dahin. Werde aber zuerst einen Abstecher nach Al Kuwait machen und dort übernachten. Denn die Monster kosten meiner Ester jetzt doch einiges an Mana. Und ich möchte doch fit in den Kampf gehen. Dann haben wir auch schon die zweite Sidequest sozusagen gemacht. die Alchemie Sidequest wird nicht ganz so einfach werden. Ja. Danke für übernachten. 20 Gold kann ich mir leisten. Oh, einmal in so einem Spiel als echter Mensch drin sein. Wahnsinn. Und dann so viel Geld haben, dass man mein Gott, kauft man sich halt einfach was. Wurscht. Man hat 300.000 Goldmünzen. Wo auch immer die gelagert werden. Aber man hat sie. So. Dann gehen wir jetzt raus und suchen das letzte Monster für Lorenz. Genau so hieß der Junge. Und wenn wir das haben, uh, ich springe weiter rum. Wenn wir das haben, können wir uns ich würde sagen fast zum Elfenbeinturm machen oder nach Jihiti. um dann die restlichen Quests noch anzunehmen. Und ich muss herausfinden, wo es schwarze Flügel und diesen anderen Stein gibt. Ähm. Ja, die einzige Insel, die südlich ist, ist diese hier. Na. Komm. Beweg dich, Tengri. Du musst schneller fliegen. Okay. Hier kann ich landen. Und hier ist auch schon das Monster. Oh, das sieht groß aus und eine große Verteidigung. Junge, da kommt er. Ein Pickelhauer. Wir haben es bisher geschafft, Tröpfchen. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ah! Zeigen wir sie ihm. Natürlich zeigen wir sie ihm. Wie geil der ausschaut. Och Gott, ist der süß. Ich will ihn gar nicht besiegen. Ich will ihn in meinem Team haben. So. Ähm. Ich mach normalen Schaden an ihm. Von daher jetzt nicht so das Problem. Er kriegt auch echt viel Schaden. Lilly heilt sich ziemlich gut. Boah. Eigentlich echt nicht so das wilde Problem. So, okay. Wir werden jetzt langsam gewafft von Esther. Lilly heilt sich hoch mit dem Schaden. Ey, der ist fast tot. Mein Gott. Das soll das schwerste Monster gewesen sein? Da war der Golem schwerer. So, Magor. Bauchklatscher. In your face. Bam! Und besiegt. Okay. Das ging echt einfach. Damit hätten wir die Quest von Lorenz ebenfalls besiegt. Und wir quatschen ihn mal gleich an. So, eine beeindruckende Leistung. Ich wusste, ich habe die richtige Wahl getroffen, als ich euch mit diesem Forschungsprojekt beauftragte. Oh, danke. Sie haben also alle Ihre Daten? Absolut. Vielen Dank, junger Mann. Die Daten, die ihr für mich beschafft habt, werden die Naturwissenschaften revolutionieren. Äh, das klingt ja prima. Viel Glück noch bei Ihren Forschungen, Herr Lorenz. Glück hat damit nichts zu tun. Oh, hier ist ein kleines Dankeschön. Ich bin mir sicher, dass dies eine angemessene Entlohnung für eure Mühen darstellt. Ein Knollkopf-Ticket, ein Mystikus-Ticket und ein Dinozeros-Ticket. Dinozeros habe ich schon. Knollkopf und Mystikus, okay. Warum nicht? Die Stempel sind mir wichtiger. Jetzt muss ich zurück nach Katzburg und meine Daten auswerten. Und schon ist er weg. Jawohl. So macht man das. Ähm. Jetzt ist die Frage, wohin als nächstes? Wir sind jetzt hier, wir könnten ganz kurz nach Hichiti fliegen, um dort die nächste Quest sozusagen anzunehmen. Die nächste Zeitquest, damit wir wenigstens wissen, was wir machen müssen. So, gehen wir rein in den Feenforst und dort muss irgendwo eine Quest sein. Hier nicht. Ist die hinten bei Mama? so. Auf geht's. Lauf. Schneller. Hier irgendwo? Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm. Geh zum Goldhain und rede mit der Ach, Goldhain, nicht Hichiti. Ähm. Okay. Das heißt, wir reisen jetzt erstmal in den Goldhain oder nach Laguna. Laguna können wir auch schnell machen. Genau, Laguna machen wir mal. Und schauen, was wir hier für eine Quest kriegen. Hier muss irgendwo ein Junge sein, der mir was geben möchte. Hoffentlich. So, du. Hallo. Ah, du bist es. Willst du jetzt meiner Crew beitreten? Äh, später vielleicht. Nicht? Wie schade. Vor allem, weil ich vor kurzem etwas entdeckt habe. Ja, was ist es denn? Es ist doch nicht etwa ein Schatz? Haha, es ist viel besser als ein Schatz. Es ist eine richtige Schatzkarte. Ich habe sie zufällig gefunden, als ich im Laberaum des Gouverneurs aufgeräumt habe. Als ich sie ihm gezeigt habe, war er sich sicher, dass sie jetzt einem legendären Laguna-Piraten gehört haben muss. Wow, bist du sicher, dass sie echt ist? Absolut. Und seht her, sieben Stellen sind darauf markiert. Da müssen Schätze versteckt sein. Wann die nicht auch? Sicher. Das ist ja richtig duft, eine echte Schatzkarte. Ah, ich wusste, dass ich dich interessieren würde. Ein gebührender Fund für einen zukünftigen Piratenkönig der Gerechtigkeit, würde ich sagen. Aber meine Mutter will mich nicht auf die Schatzsuche gehen lassen. Sie sagt, es sei zu gefährlich. Das ist es auch, Mann, da draußen wimmelt es nur so von Monstern. So ein kleiner Knirps wie du würde da keine fünf Minuten überstehen. Naja, für mich als großer Großfürst der Feen wäre es kein Problem, klar? Ehrlich? Würdet ihr die Stellen, die auf der Karte markiert sind, für mich erforschen? Bitte macht es, ich bin euch, äh, ich bitte euch, diese Reichtümer müssen geborgen werden. Klar. Okay, machen wir. Sieben Stellen markiert, wir können also davon ausgehen, dass es sieben verschiedene Schätze gibt, denke ich. Okay, passt. Sieben Stellen gibt es, what the fuck? Meine Mama ist halt immer vom Schlafen gegangen. Gestern Abend hat mir geschickt, wo er, ähm, die verlogenen Minen. Ich hoffe nicht, dass wir mit denen alle reden müssen, denn, das hier sind die sieben Stellen auf der Karte, wo es die, ja, sagt es mir mal bitte, diese Monumente gibt, die wir nicht entziffern konnten. Ich weiß ein paar davon, und ich finde es ehrlich gesagt viel spannender, die so zu finden. als wenn ich jetzt mir irgendwelche Tipps geben lasse. So, gucken wir einfach mal. Ich weiß, dass im Norden eine ist. Die können wir gleich mal absuchen gehen, oder mindestens zwei auf jeden Fall im Norden. Und ich weiß auch noch ein paar andere, die muss ich aber erstmal wieder finden, also die bin ich mir jetzt nicht genau sicher, wo die waren. Ich glaube, bei der äh bei der Bucht, wo die bei Laguna, glaube ich, war sogar auch irgendwo eine. Was ist das für ein Stein? Da ist sogar eine Inschrift drauf. Also, was steht da? Eine Entdeckung auf der Schwaneninsel. Die Schwaneninsel sieht nicht nur aus wie ein Vogel, es wimmelt dort auch von diesen Viechern und die leben alle glücklich vor sich hin. Als der Käpt'n jedoch anfing, nach Schätzen zu graben, waren sie nicht sonderlich begeistert. Ganze Schwärme fielen über ihn her. Die dachten wohl, er wäre auf ihren Nester aus. Ich werde nie vergessen, wie der Käpt'n zum Schiff zurückgestapft kam und über diese verfluchten Vögel schimpfte. ein Laguna-Pirat ähm das ist 4 und ein L 4L okay das werde ich mir notieren muss ich mal ganz kurz nur das Textdokument aufmachen 4L so gibt's noch was zu machen das muss einer der Orte sein der auf der Schatzkarte verzeichnet was wahrscheinlich ja muss schon sagen dieser Käpt'n gefällt mir so okay das hätten wir 4L ähm gucken wir mal ganz kurz noch da entlang da war nämlich noch ein Monument das kann ich auch noch abgreifen noch ein Monument äh wird da nicht schlau draus das ist aber seltsam gut Leute ich werde mich da mal ein bisschen schlau machen wie gesagt mit der mit der Dämonen-Axt und auch mit den Monumenten was wir dafür machen müssen das war es erstmal mit Let's Play Ninokuni für heute morgen werdet ihr dann vielleicht schon ein bisschen weiter sein mit diesen ganzen Quests und ich werde hier beenden viel Spaß bis morgen ciao